Hallo und schön, dass du dabei bist bei einem neuen Video von mir, wie ihr ja eh schon im Titel erkennen konntet, gibt es jetzt wieder mal einen SHEIN Haul und dieses Mal ist es irgendwie ein ganz besonderer SHEIN Haul, denn SHEIN bietet unzählige Artikel zu sehr, sehr günstigen Preisen an, damit wir uns einfach das gönnen können, was wir lieben und ich bin schon richtig gespannt auf die Produkte, denn es geht heute um und zwar in dem Bereich Home, Kitchenware, Electronic, Beauty und ja, alles was das Herz begehrt, würde ich sagen. Und ich bin jetzt schon richtig gespannt und zeige euch, was sich hier alles drinnen befindet. Ich werde euch natürlich wieder alle Links von den Produkten, die ich euch zeige, in die Infobox setzen und vergesst nicht auf jeden Fall, es gibt noch einen zusätzlichen Rabattcode. Und zwar könnt ihr mit diesem Rabattcode hier 15% auf die gesamte Bestellung sparen, ab einem Einkaufswert von 29 Euro und ab einem Einkaufswert von 69 Euro kannst du sogar 20% sparen. Sprich, es ist eine Zusammenarbeit mit SHEIN und ich würde sagen, wir packen jetzt aus. Das erste, was ich hier habe, sind Aloe Vera Eye Gel Pads und auf die bin ich schon richtig gespannt. Aloe Vera wissen wir bereits alle, dass das gut ist für die Haut und kommt hier mit so einem Spatel hier zum rausgeben. Und die Qualität finde ich auf jeden Fall richtig gut von diesen iPads. Weiter geht es in Richtung, ich würde sagen, Elektronik oder ja. Das ist eine Handyhalterung und die finde ich sehr, sehr praktisch, denn ich arbeite sehr viel an meinem PC und muss nebenbei auch noch wirklich sehr häufig mein Handy dazu holen. Und dann fände ich das wirklich sehr praktisch, wenn ich da so einen Handyständer dafür habe. Und das würde dann ungefähr so aussehen. Richtig praktisch und handlich, finde ich. Da ich sehr häufig Produktfotos, Videos mache, habe ich mir gedacht, ich teste das hier mal aus. Und zwar ist das eine Linse, die halt einfach konzentriert auf das Produkt drauf geht. Einfach um Sachen etwas näher und trotzdem noch schön aufzunehmen, damit das alles nicht so verschwommen ist. Ja, dann finde ich ja, ist es gerade sehr, sehr, sehr im Trend, würde ich schon fast sagen. Und zwar eine beheizbare Wimpernzange. Ja, man kann sich jetzt davon fürchten oder auch nicht, aber ich glaube, dass das vielleicht eine ganz tolle Idee ist, um die Lashes ein bisschen besser zu biegen, wenn sie leicht angewärmt sind. Denn wenn du dir eine ganz normale Wimpernzange mit Föhn anfönst und dann deine Wimpern curlst, dann ist das schon ein ziemlich heftiger Effekt. Aber wenn man sich den Föhn nimmt und die Wimpernzange anwärmt, dann wird das ganz schnell ziemlich heiß und das kann auch sehr gefährlich werden. Deshalb bin ich richtig gespannt auf dieses Produkt hier und es sieht so aus. Ich sage es gleich dazu, ich werde bestimmt einige Produkte aus diesem Haul hier auf Instagram in einem Reel testen. Und ja, folgt mir gerne auch auf Instagram, damit ihr da auch kein Video mehr von mir verpasst. Das nächste Beauty-Produkt wollte ich unbedingt haben. Und zwar sind das so diese Puderquasten für unters Auge. Ja, und die hat ja gefühlt gerade jeder. Natürlich musste diese, die auch haben. Ja, kommen Sie in einen 10er-Pack und denke, dass ich da auf jeden Fall eine Zeit lang damit auskommen werde. Dann habe ich hier einen Liquid Blush von She Glam. Das ist ja die, ich würde schon fast sagen Eigen-Beauty-Marke von SHEIN. In der Farbbezeichnung HUSCH HUSCH. Und ich bin vom Packaging so richtig begeistert. Von der Farbe her ist es sehr, sehr eine sanfte Farbe, genauso wie ich es liebe. So richtig peachy. Dann, was ich schon des Öfteren überlegt habe, mir zu kaufen, aber dann doch nie gemacht habe, das ist ein richtiges Welleneisen. Ich mache mir ab und an immer wieder mal Locken mit einem ganz normalen Lockenstab wie diesen hier. Aber ich möchte das auch mal ausprobieren mit Welleneisen und bin richtig gespannt, wie ich die Wellen dann so finde. Ja, natürlich kannst du bei SHEIN auswählen, welchen Stecker du natürlich haben möchtest. Ja, nur kleine Info am Rande. Hier kannst du nicht die Temperatur einstellen. Den drehst du wirklich auf oder ab. Und hier hinten kannst du noch den Regler versperren. Also geschlossen, offen. Ja, wie gesagt, nicht vergessen, ich mache dazu bestimmt so Kurzvideos auf Instagram, vielleicht auch auf YouTube Shorts, damit ich die Produkte etwas genauer unter die Lupe nehmen kann. Das nächste Produkt ist ein Ultrasonic Jovel Beauty Star. Ich weiß jetzt nicht genau, was da drinnen ist, aber ich glaube, ich kann mich schon wieder erinnern. Genau, das ist auch ein elektronisches Gerät, ein elektronisches Beauty Gerät. Und ist auch gerade sehr, sehr im Trend, sich die Haut so abzuschärten. Hier bin ich richtig gespannt, wie das funktioniert. Ja, ich bin richtig, richtig fasziniert, was SHEIN wirklich schon alles anbietet. Und unglaublich aber war, ich habe dieses Produkt, was ich euch jetzt zeige, schon mal bei Amazon in meinen Warenkorb gehabt und habe es mir dann doch nicht gekauft. Jetzt habe ich Specialin entdeckt und das musste einfach bei mir zu Hause einziehen, denn ich sehe das ständig. Und ich denke, wenn ihr auch ein bisschen auf Social Media unterwegs seid, dann kennt ihr das Produkt auch. Kurz und knapp erklärt, es ist eine Waschmaschine für Obst und Gemüse. Ja, es ist wirklich so und es soll wirklich Obst und Gemüse sehr gut reinigen von den ganzen Zeugs, was wir nicht in unserem Körper haben wollen, reinigen. Und wie gesagt, ich wollte das schon immer mal haben. Ja, und bin jetzt richtig erfreut, dass ich das bei SHEIN ergattern konnte. Kann man auch ganz normal aufladen. Obst, Gemüse ins Waschbecken schmeißen, Wasser dazu und dann das gesamte Gerät mit dazu schmeißen. Natürlich eingeschaltet. Das nächste, das wollte ich auch schon immer haben und habe es in letzter Zeit eigentlich immer, also so wirklich in der Drogerie entdeckt, habe ich es nicht. Jetzt bei SHEIN musste ich es einfach bestellen, denn es ist so ein Eyeliner, so eine Eyeliner-Hilfe. Und das ist aus Gummi, nicht so ein Hartplastik, was sehr unangenehm ist, sondern du kannst dir das ganz egal irgendwie halt anlegen, wie du halt selbst den Eyeliner haben möchtest und ist halt einfach eine Eyeliner-Hilfe. Hier steht auch dabei, wie du das anwendest am besten und ja, wie gesagt, das wollte ich auch schon immer haben. Haltet mich für verrückt, aber ich habe mir einen Wischroboter bei SHEIN ausgesucht und der soll meinen Boden wischen. Wie gesagt, ich bin selbst richtig erstaunt, was SHEIN schon alles anbietet. Ja, hier kannst du dieses Ding hier abnehmen, aufladen, einschalten und erfährt. Das war es auch schon wieder. Mal sehen, wie sauber er den Boden dann bekommt. Die gibt es aber auch in schwarz. Das letzte Produkt kennen wir auch alle aus den sozialen Medien und es gibt es schon in verschiedenen Varianten, Marken, Arten, bla bla bla. Das ist ein 5 in 1 Hairstyler. Wir wissen alle, der Hairstyler von Dyson ist das Top-Produkt Nummer 1. Aber wir wissen auch jetzt schon, dass es andere, günstigere Hairstyler gibt, die genau das gleiche schaffen. Ich werde auf jeden Fall das Produkt auch in einem Video testen für euch, aber jetzt packen wir es mal aus. Und hier sind dann die gesamten Aufsätze dazu, so wie dieser Föhn hier, dann diese Haarbürste, diese Rundbürste und dann die Aussätze für Locken in jeweils der Richtung, die du haben möchtest. Hat auf jeden Fall drei Stufen, was ich richtig toll finde. Gut, dass bald mein Haarwasch-Tag ist. Ja, meine Lieben, ich setze euch natürlich alles in die Infobox, also Link und Rabattcode. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.